So Leute, wir sind hier zurück bei Outlast. Ich habe eine kurze Pause gemacht, das heißt ich war eine Runde schlafen, denn es ist schon die Sonne aufgegangen und da habe ich mir gedacht, ich werde ganz einfach heute weiterspielen und es ist jetzt die richtige Zeit. Draußen ist dunkel, es donnert, es blitzt. Da geht's, da geht's, da geht's, da geht's. Ah, diese verdammte Unkonzentriertheit. Ich hätte einfach weiterrennen sollen oder wegrennen sollen, das hätte dann schon besser funktioniert. Fuck, fuck, fuck. Und jetzt? Ah, das geht sogar, das geht sogar. Schneller, 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 schneller. wenigstens. Ja, ich habe schon die Reise, das ich schlafen kann. Ich habe einen Satz mit, ich komme hier aus. Ich werde das nicht ohnehin, oder? Ich werde das���la einladen Böden mit, wenn man leidt. Ich werde das nicht mehr zurück aus, wenn du leben willst! Ich habe das nicht mehr zurückgeここ. Ich habe das nicht mehr zurückgegnommen. Ich werde das nicht mehr zurückgeg essen lassen. Gut, du bist! Oh, fuck, fuck, fuck. Fuck. Wir haben hier eine HX-e, Lieber. Oh, Gott! So, jetzt bin ich eigentlich selbst belädigt. Weil ich gerade das zweite Mal gestorben bin. Fuck, fuck, fuck. Leute, ich sag's euch. Habt ihr ein bisschen Bock auf... ...auf richtig geile Scheiße? Ja, ich liebe das Mountainair hier am Abend. Dann kauft euch das Spiel bei Steam. Geh an, ich werde hier. Geh an, schau frei! Ich bin nicht in der Zeit. Nein? Nein. Ich bin festgepunten, du Esel. Ja, du Esel. Ja, jetzt passiert jetzt irgendwas grässliches, hässliches, grausiges. Nein, nicht wieder rauf! Nicht wieder rauf! Verdammte Kacke. Ich hab mir schon so schwer getan, dass sie runterkommt und dann wieder rauf. Kacke. Ja. Drei. Drei. Was geht's? Ganz ungewöhnlich Licht Hau ab! Hau ab! Geht das irgendwie? Wie viel Zeit du hast mit Father Martin? Ich hoffe, dass du ihn nicht verletzt mit all diesen... ...Holier-than-thou... ...Bible-thumping. Fuck. Keine Ahnung, aber manchmal wird es... ...misschen ein bisschen... ...lösen. Hey, Sir. ...Gottes Standard... ...Wah, wenn es Gott ist... ...Gottes Standard ist... ...Gottes Standard ist... ...Wir auf eine mehr... ...Koncrete... ...Wah! ...Murder... ...Murder... ...Inne... ...Is the simple thing... ...But... ...What happens... ...When all money's gone? ...And we make all money... ...We come to my earth today... ...And that's what I'm here for... ...To make you... ...Bully! ...Hm. Hey, der mir gerade die Finger ab! Verdammte Kacke, wie sie mochte er des! Ich habe gehofft, dass ich so unbeschaudert rauskomme. Was soll denn das für ein Mist? Verdammte Kacke. Und jetzt? Woher hin? Okay. Wenn ich tatsächlich da rüber Exit steppe. Brauch nicht. Und du kannst das nicht schreien. Keiner. 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 Drago! 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 Da schau mal was auf. Mach zu! Mach zu! Mach zu die Scheiße! Dein Schlüssel Fuck Nicht jetzt Fuck 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 So, ich glaube, ich höre ihn schon wieder. Kann nicht sein, oder bilde ich mir das nur ein? Aber schaut das nicht cool aus? Der Knochen steht da raus bei der rechten Hand, ober cool. So, ich probier's mal. Okay. Okay, sure. Uh-uh. Okay. 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 Ein Schlüsselbrauch. Irgendwo muss ja da was liegen. Hast du irgendetwas für mich? Unter Info? Das glaube ich nicht, dass da ein Schlüssel drin ist. Oder doch. Vielleicht liegt da irgendwo was. Ich werde total paranoid. Kommt da wer? Kommt da keiner? Kommt da wer? Kommt da keiner? Hör auf zum Schreien! Fuck! Das Azur. Gibt's das? Da oben irgendwas? Nichts? Hopp! Ein Schlüsseln notwendig. Und den habe ich natürlich nicht. Ich getraue mich gar nicht suchen. Fuck! Da ist Azur. Da ist Azur. Scheiße ist überall Azur. Ach komm. Meine Nerven sind schon total am... Mach das vorsichtshalber. Das ist mir einfach... Das ist mir einfach... Es muss da irgendwo irgendwas rumliegen. Es muss da irgendwo irgendwas rumliegen. Aber ich sehe nichts leuchten. Ich habe so panische Angst, dass jetzt die Tür wieder aufgeht, dass mir der Irre... ... entgegenkommt. Es gibt sie nicht. Es ist mir nirgends ein Schlüssel. So. Da habe ich was falsch gemacht. Und ich soll mit ihm... ... weiß nicht... ... tanzen gehen. Dann kriege ich einen Schlüssel oder so. Das ist nicht möglich. Boah. Jetzt hat er mich von mir selbst erschreckt. Ist das überhaupt möglich? Ja, Mann. Du hast sicher schon aufgehört zum Blüten. Ah, jetzt fehlt da nichts. Oder irgendwo was. Ja. Wehe. Der steht jetzt da vor der Tür. Heute schnauzen. Mir geht es jetzt schon schlecht genug. Aber ohne, dass du mich anschreist. Ah, ok. Ich habe es nicht gesehen. Ok. Mein Fehler. Wie so oft. Ein bisschen geht. Bis zur nächsten Pause. Ach, der kommt sicher irgendwo da. So. Das werde ich brauchen. Für eine schnelle Flucht. Okay. Das heißt. Ich brauche definitiv. Muss ich. Zum Lift. Ich lasse das gleich offen. Sei mir nicht böse. Der kommt. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Er hat mich. Da kommt er. 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 Oder er geht. Oh Gott. Okay. Auf ein neues oder? Auf zum schreien. Du machst mich total nervös. Ich schwöre. Na. Diese Musik. Musik Die Tür ist offen, die Tür ist offen. Fuck. Ich höre ihn. Fuck. Geh weg. Ich geh hin, da ist doch irgendwo. Ich geh hin. Wo ist er? Ich fragte, er hat die Tür eingetreten. Jetzt könnt ihr da mal die Tür zumachen. Wo ist er? Scheiße. So, ich renne jetzt raus, verstecke mich unter dem dunklen Bett. Mal einen kurzen Break. So Leute, das ist Zeit für den dunklen Break. Fuck, meine Nerven, meine Nerven. Untertitelung. Vielen Dank.